Wir wollen uns heute mal die Google Play Games Beta auf dem Windows PC ansehen. Da können wir ausgewählte Titel aus dem Play Store von Google spielen unter Windows auf dem PC. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe euch vor etwas mehr als einem Jahr ein Video in dieser Serie gemacht, in dem ihr sehen könnt, wie Windows bzw. Microsoft sich das vorstellt, Android-Spiele und Applikationen unter Windows 10 und Windows 11 laufen zu lassen. Und soweit ich mich erinnern kann, war das ziemlich aufwendig. Da mussten irgendwelche Laufzeitbibliotheken installiert werden, irgendein Grundgerüst im Windows Store. Dann musste zusätzlich der Amazon App Store runtergeladen werden, in dem man sich anmelden musste mit seinen Amazon Daten. Und dann konnte man auf einige wenige Spiele und Anwendungen aus dem Amazon Store zugreifen. Das war also ein recht kompliziertes Unterfangen und auch die Steuerung war nicht perfekt, so wie ich mich erinnere. Es ging zwar interessantes Experiment, aber benutzerfreundlich ist anders. Und damals hat Google schon gesagt, wir machen das auch, wir wollen auch Android-Anwendungen auf den PC bringen. Wir machen das aber anders als Microsoft und bei uns dauert es auch noch eine Weile. Also zum damaligen Zeitpunkt konnte man das noch nicht testen. Und inzwischen ist das Ganze, glaube ich, für Deutschland hier freigeschalten. Und ich habe beschlossen, mir das heute mal anzusehen im Vergleich zum letzten Video, das ich euch am Ende dieses Videos auch verlinken werde. Google geht da anscheinend einen anderen Weg, wobei ich von den technischen Details keinerlei Ahnung habe. Wir befinden uns hier auf einer Webseite von Google, vom Google Play Store. Und das erklärt uns erstmal, worum es bei der Sache geht. Google Play Games Beta. Schade ein bisschen, dass es hier nur um Spiele geht, um Gaming. Ich hätte mir auch die ein oder andere App gewünscht, auf die ich zum Beispiel im iOS Cosmos keinen Zugriff habe. Interessant ist das hier natürlich hauptsächlich für Leute, die kein Android-Gerät haben. Oder halt auch für Leute, die leidenschaftliche Gamer sind und ihre Lieblingsgames gerne auf dem heimischen Fernseher, Monitor, was weiß ich, spielen wollen. Für die ist das interessant und wir schauen es uns jetzt mal an, ohne weiter um den heißen Brei herum zu quatschen. Google Play Games Beta auf Mobilgeräten und PC übergreifend spielen. Im Folgenden siehst du einige der Titel für PCs. Wir fügen regelmäßig weitere Titel hinzu. Schau also immer wieder mal vorbei, ob es etwas Neues gibt. Wir können uns hier die Beta herunterladen. Das ist dann eine kleine Anwendung, die wir installieren müssen von Google ganz offiziell hier mit Datenschutzerklärung und so weiter. Und dann folgt hier eine Endlos-Seite, die man endlos nach unten scrollen kann mit verschiedenen Spielen, die bereits umgesetzt wurden, die mehr oder weniger optimiert wurden. Und jetzt verlassen wir mal diese Webseite und sehen uns mal den Client an. Das Programm, das öffnet sich hier und wir befinden uns hier auf der Startseite und hier werden uns direkt einige Spiele vorgeschlagen. Verschiedene Dungeon Crawler, Helden aus einer anderen Welt. Ihre Reise beginnt hier. Verschiedene Rollenspiele. State of Survival habe ich glaube ich auch schon mal angezockt. Left to Survive, Food Truck Chef, lauter Gelegenheitsspiele, halt klassische Handyspiele. Wir können dann hier auch auf alle Spiele ansehen klicken. Zumindest theoretisch. Und da können wir uns das Ganze dann auch noch nach Genre sozusagen ordnen lassen, anzeigen lassen. Hier zum Beispiel der Bereich Simulation. Also da gibt es einiges, was man sich herunterladen und was man ausprobieren kann. Train Simulator. Ich lade einfach mal ein paar Sachen runter nebenbei. Das ist der Bereich Simulation. Dann gibt es den Bereich Abenteuer. Genshin Impact. Ein hervorragend aussehendes Rollenspiel, das ich schon mal angezockt habe. Es dauert jetzt allerdings viel zu lange, das hier herunterzuladen. Also da sind mehr oder weniger bekannte Spiele dabei. Und dann haben wir hier die Mediathek. Hier sehen wir den Verlauf von zuletzt heruntergeladenen Spielen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das hier gespielt haben soll. Muss schon lange her sein. Muss vielleicht mein Pixel-Smartphone gewesen sein. Keine Ahnung. Das hier sind die drei aktuell installierten Spiele, die wir jederzeit starten können. Ja und hier können wir die Sachen dann halt auch wieder deinstallieren. Wir können hier alle Spiele, wie gesagt, aufrufen. Also nicht nur über die Startseite, sondern auch über die Lupe hier. Just Dance Now. Also relativ einfaches Bedienungserlebnis hier. Hier haben wir die Downloads. Keine aktuellen Downloads. Hier können wir Feedback geben, wenn wir das möchten. Und hier haben wir Zugriff auf die eigenen Erfolge. Die halt auch mit den Erfolgen auf den Smartphones synchronisiert werden, sozusagen. Das sehen wir hier alles. Und so, ich starte jetzt mal eine App, damit ihr euch das hier vorstellen könnt. Ich habe mir irgendeine Random App im Store heruntergeladen und klicke auf Spielen. Das Ganze öffnet sich jetzt in so einem Handy-artigen Design. Mit Shift und Tab können wir hier noch die Bildschirmauflösung einstellen, habe ich gerade festgestellt. Gegebenenfalls die Spielsteuerung anzeigen und die Lautstärke einstellen. Vollbildmodus Spiel beenden. Oder wir klicken eben auf Start und dann startet das Spiel hier schnell und unkompliziert. Spielt sich vermutlich genau gleich wie hier auf dem Handy, nur dass es eben mit der Maus gesteuert wird. Den Sound habe ich ausgemacht. Es gibt hier natürlich Sound-Ansage. Würde mir aber die Aufnahme versauen. Ja, und viel mehr gibt es zu dieser App eigentlich auch gar nicht zu sagen. Das ist Google Play Spiele Beta. Auch hier müsst ihr euch anmelden mit eurem Google-Account. Müsst ihr euch einloggen, wie gehabt. Ich finde das aber insgesamt etwas eleganter wie bei Microsoft gelöst hier. Groß gar nichts gemacht. Das läuft hier mehr oder weniger automatisch ab. Das ist eleganter gelöst, einfacher installiert, einfacher auch wieder deinstalliert. Weiß nicht, wie sich das bei Microsoft jetzt in der Zeit eigentlich weiterentwickelt hat. Ich habe da nie wieder was gehört. Ja. Aber auch das ist hier nicht perfekt. Wie gesagt, es gibt keine Apps, sondern nur Spiele und anscheinend eben auch nur ausgewählte Spiele. Trotzdem interessant, sich das hier mal angesehen zu haben. Also zumindest für Leute, die eben gerne dieses Genshin Impact spielen, Rollenspiel, ist das hier sicher sehr opulent auf einem großen Bildschirm anzusehen. Das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Ja und ansonsten war es das. Ich bin raus. Was haltet ihr davon? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss. Tschüss. Tschüss.